Musik Mit dem großflächigen Hochdruckgebiet Gaia ist es in Deutschland deutlich sonniger und auch deutlich wärmer geworden. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen weiter an, sodass relativ zügig sommerliche, in der kommenden Woche sogar hochsommerliche Werte erreicht werden. Ganz gut sieht man das bereits an der Wetterkarte für den kommenden Sonntag. Verbreitet zeigt diese in der Südwesthälfte Deutschlands um 25 Grad, in Tiefenlagen sogar bis zu 28 Grad. Das alles bei nur leichter bis mäßiger Bewölkung. In der kommenden Woche ist dann sogar hochsommerliches Wetter möglich. In Tiefenlagen können dabei die Höchstwerte um oder sogar knapp über 30 Grad liegen. Das Temperaturdiagramm für Düsseldorf zeigt hier deutlich, dass wir es in den kommenden Tagen und sogar Wochen mit sommerlichem bis hochsommerlichem Wetter zu tun haben. Temperaturen unter 20 Grad sind in weiter Ferne. Musik 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 Musik